Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch-Test für Zuwanderer. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Sprechen Teil 2 Bildbeschreibung. Unser Thema heute ist Pause machen. Und jetzt können wir uns das erste Foto anschauen. Auf dem Bild sieht man eine Frau in einem Büro. Sie sitzt auf einem Stuhl und streckt sich. Auf dem Bild sieht man eine Frau in einem Büro. Sie sitzt auf einem Stuhl und streckt sich. Die Frau hat blonde Haare. Sie trägt eine weiße Bluse, eine schwarze Hose und eine Brille. Die Frau hat blonde Haare. Sie trägt eine weiße Bluse, eine schwarze Hose und eine Brille. Ihre Beine liegen auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stehen ein Laptop, eine Tasse und einige Aktenordner. Im Hintergrund sieht man ein großes Regal mit bunten Ordnern und zwei Fenster. Draußen ist es hell. Die Atmosphäre wirkt entspannt und ruhig. Ich denke, die Frau macht gerade Pause. Im Hintergrund sieht man ein großes Regal mit bunten Ordnern und zwei Fenster. Draußen ist es hell. Die Atmosphäre wirkt entspannt und ruhig. Ich denke, die Frau macht gerade Pause. Jetzt schauen wir uns das zweite Bild an. Auf dem Bild sieht man drei Personen, die zusammen gehen. Sie tragen warme Mäntel und halten Kaffeepächer in den Händen. Die erste Person ist eine Frau mit blondem Haar. Sie trägt einen beigen Mantel und eine hellrosa Bluse. Die erste Person ist eine Frau mit blondem Haar. Sie trägt einen beigen Mantel und eine hellrosa Bluse. Die zweite Person ist ein Mann mit braunem Haar und Bart. Er trägt einen dunkelgrauen Mantel, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Die zweite Person ist ein Mann mit braunem Haar und Bart. Er trägt einen dunkelgrauen Mantel, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Die dritte Person ist eine Frau mit dunkler Haut und lockigem Haar. Sie trägt einen hellbraunen Mantel und ein weißes Hemd. Die dritte Person ist eine Frau mit dunkler Haut und lockigem Haar. Sie trägt einen hellbraunen Mantel und ein weißes Hemd. Im Hintergrund sieht man weitere Personen und moderne Gebäude. Die Stimmung wirkt entspannt und freundlich. Ich denke, die Personen machen gerade Pause. Sie haben eben gegessen und sind jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Im Hintergrund sieht man weitere Personen und moderne Gebäude. Die Stimmung wirkt entspannt und freundlich. Ich denke, die Personen machen gerade Pause. Sie haben eben gegessen und sind jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Und nun schauen wir uns eventuelle Fragen zum Thema der Bilder an. Eine eventuelle Frage wäre, was machen Sie in der Pause? Und auf diese Frage kann man so antworten. In der Pause mache ich es mir gemütlich. Ich esse oft einen kleinen Snack, zum Beispiel Obst oder ein Sandwich und trinke einen Tee oder Kaffee. In der Pause mache ich es mir gemütlich. Ich esse oft einen kleinen Snack, zum Beispiel Obst oder ein Sandwich und trinke einen Tee oder Kaffee. Manchmal gehe ich auch kurz nach draußen, um frische Luft zu holen. Manchmal gehe ich auch kurz nach draußen, um frische Luft zu holen. Eine zweite Frage. Machst du lieber eine kurze oder eine lange Pause? Und auf diese Frage kann man so antworten. Ich mache lieber eine kurze Pause, dann kann ich schnell Energie tanken und früher nach Hause gehen. Eine lange Pause macht mich manchmal müde. Eine dritte Frage. Liest du in der Pause etwas oder hörst du lieber Musik? Da kann man sagen, ich höre lieber Musik in der Pause. Das entspannt mich und macht gute Laune. Ich lese meistens auf dem Weg zur Schule bzw. zur Arbeit. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.